Die Jacke schon aus, Laptop und den Beutel mit Flüssigkeiten in der Hand. So schreitet der Vielflieger zur Sicherheitskontrolle. Das darf ich nicht mitnehmen, fragt der weniger Geübte und fängt bei der Kontrolle erst mit dem Kramen an. Die Folge? Ja, das hat alles so ewig gedauert, weil langsam ein Gürtel raus. Dann stehen fünf Leute vor Ihnen, die noch 30 Millionen mal ihre Tasche leeren müssen, weil dann immer noch irgendwo was gefunden wird, ist schon nervig. Am Frankfurter Flughafen soll das aber künftig keinen mehr nerven, dank eines neuen Systems. Jeder Passagier soll in der Kontrolle die Möglichkeit haben, in seiner Geschwindigkeit durchzugehen. Vergleichen wir es am besten mit einer Autobahn. Der LKW fährt rechts und der PKW überholt links. Heißt, es gibt mehrere Beladespuren. Nicht mehr nacheinander, sondern parallel können Fluggäste dort ihr Handgepäck auflegen. Wer fertig ist, schickt seine Wanne los, geht weiter und überholt so langsamere Passagiere. Außerdem gibt es gesonderte Stationen für Nachkontrollen. Bisher sorgten die direkt am Band für Verzögerungen. Wenigstens blockiere ich jetzt nicht alle anderen Passagiere, weil ich hier in einem separaten Bereich bin. Größere Wannen und zwei Monitore statt einem beschleunigen den Ablauf zusätzlich. Und das wird auch Zeit, denn im internationalen Vergleich hinken wir hinterher. Hier in Frankfurt können an einer Schleuse bislang nur rund 80 Personen pro Stunde abgefertigt werden. Ähnlich sieht es an anderen deutschen Flughäfen aus. Ganz anders im Ausland. In Madrid schaffen es 200 Passagiere pro Stunde durch eine Schleuse. In Amsterdam 185 und in Brüssel ebenfalls 200. Eine viermonatige Testphase soll nun zeigen, ob Frankfurt mit dem neuen System aufholen kann.